Der Provider ist kein typischer Schulrucksack. Seine innovative Einteilung und seine praktische Handhabung machen ihn jedoch zum idealen Begleiter für Schule und Freizeit. Der Provider von eSPEC besitzt ein gepolstertes, gestepptes Rückenpolster und schützt die Wirbelsäule durch einen rückennahen Sitz. Die bananenförmigen Tragegurte sind gut gepolstert und angenehm zu tragen. Die spezielle SGS-Auflage sorgt dafür, dass die Tragegurte auch auf glatten Stoffen nicht verrutschen. Die einhändig verstellbaren Tragegurte lassen sich leicht justieren und sorgen dadurch für ein leichtes und gutes Tragegefühl. Mit einem Gesamtgewicht von ca. 900 Gramm gehört der Provider zu den leichteren Schulrucksäcken, die momentan auf dem Markt angeboten werden. Mit seinen Abmessungen von 31 x 44 x 25 cm und einem Gesamtvolumen von 33 Litern hat der Provider ausreichend Platz für alles, was im Unterricht benötigt wird. Innovativ und praktisch präsentiert sich auch das Innenleben des Provider von eSPEC. Zwei große Hauptfächer bieten viel Platz für Hefte, Ringbücher und Unterrichtsmaterialien. Selbst ein breiter DIN A4-Ordner kann bequem eingesteckt werden. Schwere Bücher oder ein Laptop bis 15 Zoll kommen in das zweite gepolsterte Hauptfach, das sich direkt am Rücken befindet. Der Schwerpunkt wird so ergonomisch am Rücken platziert und es können keine Hebelkräfte entstehen. Übersichtlich und praktisch ist auch das mit einem Reißverschluss versehene Vorfach gestaltet. In ihm befindet sich ein Organizer mit mehreren Fächern, in denen ein Handy, Taschenrechner oder ähnliches eingesteckt werden können. In einer kleinen, mit einem Reißverschluss versehenen Netztasche können Kleinutensilien untergebracht werden. Ein abnehmbarer Schlüsselring rundet den Gesamteindruck ab. Da der Provider keine Seitentaschen besitzt, müssen Trinkflaschen und Brotzeit im Inneren des Rucksacks untergebracht werden. Dies schränkt das Platzangebot im Inneren natürlich etwas ein. Sollte der Rucksack einmal nicht voll gefüllt sein, sorgen zwei Kompressionsriemen auf den Seiten dafür, dass der Inhalt nicht verrutscht. Der stabile und handliche Gummitragegriff sitzt oberhalb des Hauptfaches und garantiert einen idealen Lastenausgleich beim Tragen in der Hand. Ist der Rucksack gut gefüllt, besitzt dieser einen sicheren und guten Stand. Ist nur ein Teil gefüllt, sollte er angelehnt bzw. gut befestigt werden, sonst kippt er um. Da der Boden keine Füße besitzt, können Feuchtigkeit und Schmutz ungehindert an den Ranzen gelangen. Da das verwendete Cordura besonders unempfindlich gegen Scheuern und Reißen ist, kann der Rucksack auch problemlos gesäubert werden. Der Provider von E-SPEC ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Deshalb sollte der Rucksack mit einer Regenhülle nachgerüstet werden. Diese werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Im Vergleich fasst das Modell Pinnacle von E-SPEC 38 Liter Volumen und besitzt auch einen Organizer im Vorfach. Allerdings fehlen die Kompressionsriemen auf den Seiten und er besitzt kein Laptopfach. Das Modell Ultimate besitzt ganze 42 Liter Volumen, glänzt mit einem praktischen Reißverschlussnetzfach auf dem Vorfach und einem Echtlederboden. Allerdings hat auch dieser keine Laptop-Tasche. Alle drei Modelle besitzen einen Tragegurten, die rutschfeste SGS-Auflage. Falls Sie noch weitere Fragen zum Provider von E-SPEC haben, dann scheuen Sie sich bitte nicht, unsere Info-Hotline, die Sie jetzt unten eingeblendet sehen, anzurufen. Gerne erhalten Sie von uns weitere Informationen. Nach unserer Meinung ist der Provider von E-SPEC eine gute Entscheidung. Hier noch einmal seine Vorteile im Überblick. Großes Gesamtvolumen von 33 Litern, gepolstertes Laptopfach für 15 Zoll Rechner, gestepptes angenehmes Rückenpolster, separate Vortasche mit Organizer, rutschfeste SGS-Auflage an den Tragegurten, A4-Ordner können ohne Probleme eingesteckt werden, qualitativ hochwertiger Rucksack für Schule und Freizeit. Das war der Provider von E-SPEC. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal.